Stellt euch mal bitte vor, ihr werdet irgendwo auf eine Party eingeladen und gebeten, einen Kuchen mitzubringen. Ihr überlegt euch, ich würde gerne etwas ganz Besonderes machen. Ihr wälzt Backbücher, schaut im Internet, sprecht mit Freunden und irgendwann habt ihr die perfekte Idee. Ihr steht stundelang in der Küche und backt einen wunderbaren Kuchen, auf den ihr total stolz seid. Ihr bringt ihn mit zur Party, stellt ihn auf den Tisch zu den anderen Kuchen und stellt fest, da steht schon exakt der gleiche Kuchen angeschnitten und Leute haben sich schon etwas davon genommen. Da wärt ihr sicher ein bisschen geknickt, oder? Ungefähr genau so ging es mir, als ich vor wenigen Wochen gesehen habe, dass beim ZDF Magazin Royale dieser Beitrag hier online gegangen ist, oben auf dem i verlinkt, da geht es um Tank und Rast. Ein Unternehmen, zu dem ich im November und Dezember vergangenen Jahres recherchiert hatte, ein Skript geschrieben habe, wir haben ein Video dazu produziert, dieses Video allerdings nicht veröffentlicht, weil immer wieder in der Welt, was passiert ist, aktuelle Themen sich dazwischen geschoben haben und wir gedacht haben, naja, warten wir mal noch ein bisschen ab, bis wir dieses Video veröffentlichen. Tja, und dann kam das ZDF Magazin Royale und hatte genau die gleiche Idee. Schaut euch das auf jeden Fall an, ein sehr lohnenswerter Beitrag, aber trotzdem würde ich sagen, könnt ihr dieses Video hier schauen, denn wir haben den ein oder anderen Aspekt hier drin, den die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF Magazin Royale nicht ganz beleuchtet haben. Deshalb ist dieses Video hier vielleicht eine Ergänzung. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dabei und wenn ihr euch das Video anschaut, dann denkt doch so ein kleines bisschen an Kuchen. Ist aber ein sehr spannendes Thema und ich würde sagen, dazu kann es auch zwei Beiträge geben. Los geht's. Mal eine kleine Frage zum Einstieg. Wie sieht es aus? Würdet ihr in einem Geschäft einkaufen, bei dem viele Sachen 20 bis 25 Prozent teurer sind als woanders? Indem ihr einen Euro bezahlen müsst, wenn ihr auf die Toilette gehen wollt und dessen Gewinn zumindest teilweise an den chinesischen Staat geht? Schwierig. Trotzdem machen es viele von uns und zwar regelmäßig. Ich auch. Und zwar, weil man oft gar keine andere Wahl hat. Wer in Deutschland auf der Autobahn unterwegs ist und kurzfristig tanken muss, Hunger hat oder auf die Toilette gehen will, der kommt an einem Unternehmen nicht vorbei. An Tank und Rast. Rund 90 Prozent aller Autobahnraststätten und Tankstellen in Deutschland gehören diesem einen Unternehmen. Und das hat Folgen. Für uns als Verbraucher, für den Wettbewerb und auch für den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Die Wahrheit über Autobahnraststätten. Jetzt. Springen wir mal in die 1990er Jahre. Bis 1994 war alles noch sehr übersichtlich. Raststätten und Tankstellen an Autobahnen in Deutschland waren fast überall in der Hand des Staates. Genauer gesagt, in der Hand der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen, kurz GFN. Und der Ostdeutschen Autobahntankstellengesellschaft, MbH, kurz OATG. 1994 hat sich das allerdings langsam geändert. Im Zusammenhang mit einer großen Privatisierungswelle, aus der unter anderem auch die Deutsche Telekom und die Deutsche Bahn hervorgegangen sind, wurden die Dienstleistungen für Autofahrer sozusagen entstaatlicht. Der Plan dahinter war, alles verkaufen, Geld einnehmen, den Markt regeln lassen. Und genau so ist es auch passiert. Zuerst wurden die GFN und die OATG zusammengelegt und umbenannt in Tank und Rast. Und dann 1998 wurde alles komplett privatisiert. Der Bund hat seine Anteile verkauft für ungefähr 630 Millionen Euro an verschiedene Investoren. Zum Beispiel an die Lufthansa. Das heißt, diesen Investoren gehörten ab dann so ziemlich alle bewirtschafteten Raststätten und Tankstellen an den Autobahnen in Deutschland. Und das sind nicht wenige. Mehr als 400 Rastanlagen und nochmal so viele Tankstellen sollen es momentan sein. Dazu kommen Dutzende Hotels. Das ist eine ziemlich lukrative Sache, wenn man es richtig anstellt. Jedes Jahr sollen bis zu 500 Millionen Besucher eine dieser Einrichtungen betreten. Die Lufthansa hat davon allerdings inzwischen nichts mehr. Sie ist nämlich schon vor längerer Zeit aus dem Geschäft ausgestiegen. Und andere kamen dafür dazu. Dieser Konzern wurde mehrfach verkauft. Mehr darüber gleich. Der Wert von Tank und Rast liegt inzwischen bei einem Vielfachen dessen, was 1998 bezahlt werden musste. 3,5 Milliarden Euro waren es beim letzten Verkauf 2015. Und Experten gehen davon aus, dass auch das inzwischen schon deutlich überschritten worden ist. Man rechnet mit 5 bis 6 Milliarden Euro. Wir haben es also mit einem großen Player zu tun. Zumindest was die Zahlen angeht. Aber woher kommt eigentlich das Geld, das Tank und Rast verdient und wo geht es hin? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und wir starten mit der zweiten Frage zuerst. Da können wir nämlich feststellen, Punkt 1, China verdient mit. Tank und Rast gehört momentan nicht einer Person oder einem einzigen Investor, sondern einem sogenannten Konsortium aus verschiedenen Investoren. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut in die Infobox, da habe ich euch was darüber verlinkt. Wer in diesem Konsortium ist, das ist kein Geheimnis, das kann man nachlesen. Und zwar auf der Website von Tank und Rast. Das sind sehr viele Abkürzungen. Schlüsseln wir das mal auf. Zuerst die Allianz. Wie der Name schon vermuten lässt, das Ganze ist ein Teil der Allianzversicherung. Das ist nicht weiter verwunderlich. Versicherungen legen überall in der Welt Geld an, um es zu vermehren. Das Gleiche gilt für MEAG von der Munich Re. Die Munich Re ist eine der größten Rückversicherungsgesellschaften der Welt. Also sozusagen eine Versicherung für Versicherungen. Und auch dort muss natürlich Geld angelegt und im besten Fall vermehrt werden. Drittens, Omas Infrastructure. Dahinter steckt ein staatlicher Pensionsfonds aus Kanada. Und dann gibt es da noch zuletzt die China Investment Corporation, CIC. In diesem Fall ist das keine Versicherung und auch kein Pensionsfonds, sondern ein offizieller staatlicher Vermögensfonds aus China. Und zwar nicht irgendeiner, sondern mit der wichtigste für das gesamte Land. Rund 1,35 Billionen US-Dollar werden von ihm verwaltet. Mit der China Investment Corporation investiert der chinesische Staat unter anderem in Infrastrukturprojekte im Ausland, um dem Land Einnahmen zu verschaffen. 2015 ist CIC bei Tank und Rast eingestiegen und soll laut der Zeitung Welt aktuell 15 Prozent der Anteile besitzen. 2019 wollte CIC diese Anteile zwar wieder abstoßen, ist dann aber doch bis heute dabei geblieben. Vermutlich, weil man sich bei einem späteren Verkauf noch höhere Gewinne erhofft, als das 2019 der Fall gewesen wäre. Und die Hoffnung scheint aufzugehen. Der Wert ist extrem gestiegen seitdem. Das heißt, von jedem Euro, den Tank und Rast mehr wert ist, bekommt CIC einen eigenen Anteil. Und dieses Geld fließt dann direkt nach China. Also an ein Land, das für seine Menschenrechtspolitik heftig in der Kritik steht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Tank und Rast ist damit aber keine Ausnahme. China investiert seit Jahren schon Milliarden in Deutschland. Eine Übersicht dazu findet ihr unten in der Infobox. Aber auch wenn so etwas gar nicht so unüblich ist, bekannt ist es kaum. Oder hättet ihr gewusst, dass sich über euren Raststättenbesuch in Deutschland unter Umständen auch ein chinesischer Finanzbeamter freut? Also mir war das ehrlich gesagt ziemlich neu. Für den Konzerntag und Rast ist das Investment aus China übrigens kein Problem. Das Unternehmen schreibt dazu auf Anfrage von mir. Unsere Kapitalpartner sind weltweit an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt und als professionelle Investoren anerkannt. Wir unterstreichen unsere gesellschaftliche Verantwortung durch die Festlegung und strikte Einhaltung von Unternehmenswerten und Grundsätzen in unserem Code of Conduct, um ethisches und verantwortungsvolles Handeln im Geschäftsalltag sicherzustellen. Ja, Tank und Rast betrachtet Politik und Wirtschaft also getrennt voneinander. Und damit zu Punkt 2. Tank und Rast ist mächtig. Wenn ein Unternehmen 90% des Marktes beherrscht wie bei Tank und Rast, dann ist es logischerweise sehr einflussreich. Zu einflussreich? Kritiker werfen Tank und Rast zumindest vor, die Preise an den Raststätten und Tankstellen nach Belieben bestimmen zu können. 20% mehr seien es beim Kraftstoff. Sogar bis zu 25% bei Lebensmitteln und anderen Dingen, die angeboten werden. Unter anderem der Verbraucherzentrale Bundesverband hat das in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Der Tenor ist, ja, man kann mehr verlangen, zum Beispiel, weil man 24 Stunden offen hat, aber das, was verlangt wird, sei zu viel. Und tatsächlich, jeder, der schon mal an der Autobahn tanken musste, wird es festgestellt haben, man bezahlt mehr als außerhalb von Autobahnen. Nutzt Tank und Rast also seine besondere Position aus, um die Preise nach oben zu treiben? Genau das hat vor einiger Zeit das Bundeskartellamt überprüft. Das schaut immer dann genau hin, wenn Unternehmen scheinbar zu viel Einfluss haben oder wenn es den Verdacht auf illegale Preisabsprachen gibt. Aber das Ergebnis ist anders ausgefallen, als von den Beschwerdeführern damals erhofft. Das Amt hat Tank und Rast recht gegeben. Die Begründung ganz kurz zusammengefasst, es gebe ja auch noch die Autohöfe. Dafür muss man ein Stück von der Autobahn runterfahren und dann gibt es dann auch Tankstellen, Raststätten, ihr kennt das. Und von diesen Autohöfen wären zwar auch einige im Besitz der Tank und Rast, aber längst nicht die Mehrheit. Der Wettbewerb wäre also grundsätzlich fair. Die Partei Die Linke will das allerdings nicht akzeptieren. Vor allem ihr Bundestagsabgeordneter Viktor Perli fordert schon seit längerer Zeit, dass Tank und Rast wieder verstaatlicht werden soll. Zitat. Der Vorwurf dabei ist, Tank und Rast würde seine Stellung am Markt ausnutzen und zu viel Geld verlangen. Gleichzeitig würde das Unternehmen sich von Steuergeldern subventionieren, also unterstützen lassen und damit gleich doppelt bei den Bürgern kassieren. Und einen mutmaßlichen Beleg für seinen Vorwurf liefert Viktor Perli auch. Aus verschiedenen Anfragen, die Perli im Bundestag gestellt hat, geht hervor, jedes Jahr bezahlt der Bund rund 100 Millionen Euro für den Bau und für die Erneuerung von Rastanlagen und Parkplätzen an der Autobahn, auch für Zufahrten. Etwas, wovon Park und Rast direkt profitiert. Gleichzeitig würde das Unternehmen zwar etwas an den Bund überweisen, aber viel weniger als es müsste. Laut Privatisierungsvertrag damals aus den 90ern sollten es bis zu drei Prozent des Jahresumsatzes sein. Tatsächlich sei es aber nur rund ein Prozent. Und apropos Umsatz, Gewinne macht Tank und Rast offiziell überhaupt nicht. Im Gegenteil, laut aktueller Bilanz hat der Konzern rund vier Milliarden Euro Schulden und ein negatives Eigenkapital. Darauf weist der Journalist Tobias Spiller in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hin. Aber er sieht dahinter ein System, von dem wiederum die Investoren profitieren. Die kritisiert er. Zitat. Also wenn wir es ganz vereinfacht runterbrechen, ist der Vorwurf, Tank und Rast hätte eine marktbeherrschende Stellung, würde die ausnutzen, um die Preise möglichst weit nach oben zu treiben und damit auch den Wert des Konzerns künstlich aufzublasen, um den Konzern dann immer wieder neu verkaufen zu können. Was sagt Tank und Rast dazu? Im Kerngeschäft, dem Betrieb von Raststätten und Tankstellen auf Bundesautobahnen, stehen wir im intensiven Wettbewerb mit vielen anderen Systemanbietern unmittelbar neben der Autobahn. Zum Thema Kraftstoffpreise. Tank und Rast und seine Franchise-Partner haben keinen Einfluss auf die Verkaufspreise für Kraftstoffe an Autobahnen. Unsere Franchise-Partner müssen in der Gestaltung ihrer Preise ganz anders kalkulieren als andere Dienstleistungskonzepte neben der Autobahn. Unsere Raststätten bieten Reisenden in der Regel an 365 Tagen im Jahr ein umfassendes Angebot. Damit einher geht eine ganz andere Kosten- und Preisstruktur. Ein reiner Preisvergleich greift daher zu kurz und ist kaum aussagekräftig. Ja, Tank und Rast sagt also, alles völlig marktkonform und wegen der besonderen Umstände müsse man eben höhere Preise verlangen. Und außerdem, die meisten Anlagen würden von Pächtern betrieben und gar nicht von Tank und Rast selbst. Und auf die Preisgestaltung der Pächter hätte man als Konzern gar keinen Einfluss. Aber stimmt das wirklich? Der Spiegel lässt in einem Artikel aus dem Jahr 2010 zumindest Zweifel daran aufkommen. Darin heißt es, die Pächter wären gar nicht so frei, wie Tank und Rast behauptet. Zum einen müssten sie eine hohe Gebühr an den Konzern bezahlen, hätten also kaum was von den Gewinnen. Und zum anderen gäbe es sehr genaue Preisvorgaben. Zitat aus dem Artikel des Spiegel von damals. Die Betriebsgewinne fließen zu einem großen Teil an Tank und Rast ab. Den Betreibern wird lediglich ein maximaler Jahresgewinn zugestanden. Wird der überschritten, erhöht der Konzern gern mal die Abgaben. Viele Pächter beklagen zudem, dass sie keinerlei unternehmerische Freiheiten mehr hätten. Tank und Rast schreibe vor, wo man seine Waren einzukaufen habe. Ja, also doch keine großen Freiheiten für die Pächter. Ist das denn heute immer noch so? Wie gesagt, der Artikel ist von 2010. Genau das wollte ich von Tank und Rast wissen. In den Verträgen zwischen Tank und Rast und den selbstständigen Franchise-Partnern wird ein gemeinsamer und verbindlicher Handlungsrahmen für den Betrieb der jeweiligen Raststätten geregelt. Anders als in vielen anderen Franchise-Modellen müssen unsere Franchise-Partner in der Regel nicht investieren. Die Summe aller Investitionen von Tank und Rast in die Modernisierung, den Erhalt und den Ausbau des Service-Netzes beläuft sich seit der Privatisierung auf mehr als 1,7 Milliarden Euro. Damit unterstützt Tank und Rast die Franchise-Partner erheblich dabei, die Attraktivität der Tank- und Rastanlagen im Service-Netz zu verbessern. Das ist also die Antwort von Tank und Rast. Der Tenor, die Pächter hätten durchaus viele Freiheiten. Allerdings, gleichzeitig betreibt Tank und Rast mit Surways und Sunnyfair inzwischen zwei Marken, an denen viele Pächter kaum noch vorbeikommen. Surways, das ist eine Restaurantkette. Und bei Sunnyfair geht es um, und das wisst ihr sicherlich, Toiletten. Und genau das schauen wir uns jetzt im letzten Punkt genauer an. Punkt Nummer drei, die teure Toilette. Jeder von uns kennt das ganz bestimmt. Man fährt irgendwo über die Autobahn, egal ob am Steuer oder hinten oder auf dem Beifahrer sitzt. Man sitzt eine Weile im Auto und irgendwann muss man auf die Toilette. Das ist völlig menschlich. Jetzt kann man entweder bei einer unbewirtschafteten Raststätte rausfahren und riskieren, komplett verdreckte sanitäre Anlagen benutzen zu müssen oder sich vielleicht sogar in Gefahr zu begeben. Oder aber man fährt zu einer bewirtschafteten Anlage, meistens von Tank und Rast. Dort sind die Toiletten in der Regel sauber und Angst um seine Sicherheit braucht man meistens auch nicht zu haben. Aber dafür kostet es etwas. Einen Euro muss man inzwischen bezahlen, wenn man eine Toilette der Marke Sunnyfair benutzt. Sunnyfair wurde 2003 von Tank und Rast gegründet und seitdem immer weiter ausgebaut. Nahezu an allen Raststätten im Besitz des Konzerns findet man inzwischen Anlagen von Sunnyfair. Und nicht nur dort, zum Beispiel auch an Bahnhöfen oder in Einkaufszentren. Das Prinzip ist dabei immer gleich. Der Betreiber einer Anlage, in diesem Fall der Pächter, steigt über ein Franchise-System bei Sunnyfair ein. Tank und Rast übernimmt dann die Kosten für den Einbau und auch für die Wartung der Anlage. Und um den Betrieb und um das Personal kümmert sich der Pächter. Der muss dafür eine Gebühr bezahlen und außerdem etwas von den Einnahmen abgeben. Ganz klar dabei ist, das Ziel ist, Geld zu verdienen. In diesem Fall Geld, wenn Leute auf die Toilette gehen müssen. Nämlich einen Euro pro Besuch pro Erwachsener. Kinder können unter der Schranke durchgehen. Da gibt es ja immer noch so einen extra Bereich. Aber das geht auch anders. In anderen europäischen Ländern muss man teilweise nichts bezahlen. In Frankreich kosten Toiletten in Raststätten zum Beispiel kein Geld. Das Argument von Tank und Rast ist, naja, eigentlich ist es auch bei uns kostenlos. Denn den Euro kann man sich komplett anrechnen lassen, wenn man in der Raststätte etwas kauft. Abgesehen von Tabakwaren, Alkohol oder Kraftstoff. Das Problem dabei ist aber, oft will man gar nichts kaufen, sondern nur auf die Toilette gehen. Experten schätzen, dass rund die Hälfte der Wertbons gar nicht eingelöst werden. Das sind Millionen jedes Jahr. Und löst man diese Wertbons ein, dann gibt man meistens noch mehr Geld aus. Denn für einen Euro ist kaum etwas zu bekommen. Und so landet zusätzliches Geld bei Tank und Rast. Das wird heftig kritisiert, unter anderem von Automobilverbänden. Auch weil es in den vergangenen Jahren immer wieder Preissteigerungen gab. Aber was dabei ganz zentral ist, eigentlich dürfte Tank und Rast mit den Toiletten gar kein Geld machen. So wurde es im Privatisierungsvertrag festgelegt. Darin heißt es, die Tank und Rast wird sich bemühen, die unentgeltliche Benutzung von sanitären Einrichtungen ganzjährig durchgehend sicherzustellen. Eigentlich klar. Und dann wieder doch nicht. Denn wird sich bemühen, ist rechtlich natürlich nicht bindend. Da kann man letztendlich machen, was man möchte. Tank und Rast kann ja sagen, wir haben uns bemüht, aber es hat eben nicht geklappt. Wie sieht Tank und Rast das denn? Wie wird der Preis für die Toilette begründet? Das hier hat das Unternehmen mir darauf geantwortet. Personal, Reinigungsmittel, Ausstattung, Bau und Unterhalt der Anlagen, all das kostet Geld. Sanifair-Nutzer, die keine Gäste unserer Raststätten sind, zahlen eine marktübliche und faire Gebühr. Anders als von Ihnen unterstellt, machen unserer Erfahrung nach Kunden sehr gerne von der Möglichkeit Gebrauch, ihren Sanifair-Wertbon bei unseren Partnern einzulösen. Wie eine aktuelle repräsentative GFK-Umfrage im Auftrag von Sanifair bestätigt. Der 1998 geschlossene Privatisierungsvertrag enthielt keine vertragliche Verpflichtung, an den Autobahntankstellen und Raststätten kostenfreie Toiletten zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen ist der Vertrag am 31. Dezember 2013 ausgelaufen und seitdem nicht weiter wirksam. Ja, das ist eine Antwort, wie Tank und Rast sie auf diese Frage immer wieder gibt. Das heißt, Tank und Rast hat für alles eine Begründung. Für die Toiletten, für die vergleichsweise hohen Preise und auch für seine Investoren. Aber sind diese Begründungen auch plausibel? Unter anderem in der Politik wird immer wieder darüber diskutiert, auch aktuell. Und nicht nur Die Linke hat Schwierigkeiten mit den Geschäften von Tank und Rast, auch aus anderen Parteien kommt Kritik. Bisher hat der Konzern aber immer wieder grünes Licht für seine Arbeit bekommen. Geschadet hat dabei sicher nicht, dass der Chef von Tank und Rast lange im Bundesverkehrsministerium gearbeitet hat und über beste Kontakte in die Politik verfügt. Wie seht ihr das denn? Ist es aus eurer Sicht ganz normaler Wettbewerb, der da stattfindet? Oder sollte der Staat eingreifen, Tank und Rast womöglich wieder der Staatlichen? Sollte es andere Schritte geben? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch für die Reihe Die Wahrheit über interessiert, dann empfehle ich euch dieses Video hier Die Wahrheit über Temo, über die Online-Shopping-Plattform. Und direkt darunter ein Video Die Wahrheit über die Deutsche Bahn. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Amen. Vielen Dank.